Sie hat nur wenig Zugang zu nahrhaften Lebensmitteln. Ihre schlechte Ernährung kann zu Diabetes, Herzkrankheiten und einer teuren Abhängigkeit vom Staat führen. 49 Millionen Amerikaner leiden unter Lebensmittelunsicherheit. Sie sind hungrig nach mehr als nach der nächsten Mahlzeit. Sie sind hungrig nach einem Wechsel. Amerika braucht unsere Hilfe. Jetzt. Untertitelung des ZDF, 2020